Mein Name ist Volker Hart. Ich leite den Fachbereich Arbeitsmedizin im Ambulanzzentrum des UKE. Herr Professor Hart, warum ist Arbeitsmedizin für Unternehmen wichtig? Die Arbeitsmedizin ist ein präventiv-medizinisches Fach, das sich den Wechselwirkungen zwischen der Arbeitswelt und Umwelt und der Gesundheit der Beschäftigten widmet. Die Unternehmen stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Dabei sind zu benennen zum Beispiel der demografische Wandel, der zunehmende Fachkräftemangel, die Globalisierung, die Digitalisierung, aber auch die zunehmenden Verordnungen und Vorschriften, die den Arbeitsschutz am Arbeitsplatz regulieren. Im Mittelpunkt steht die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten und deren Leistungsfähigkeit im Betrieb. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich Unternehmen und Betriebe zunehmend beraten lassen, auch im Bereich medizinischer Aspekte. Welche konkreten Vorteile bringt die Arbeitsmedizin mit sich? Zum einen hilft die Arbeitsmedizin Ihnen bei der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften. Es besteht ja seitens der Unternehmen und Betriebe eine Fürsorgepflicht zur Gesunderhaltung der Beschäftigten. Auf der anderen Seite lohnt sich aber auch eine Investition in die Gesundheit der Beschäftigten. Gesunde Beschäftigte sind leistungsfähiger, sie sind weniger krank. Dadurch sind sie mehr am Arbeitsplatz. Die Krankheitsausfälle können reduziert werden. Zugleich steigt aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit und auch die innere und äußere Wahrnehmung des Unternehmens wird dadurch größer. Dadurch kann zum Beispiel auch die Attraktivität des Betriebes oder des Unternehmens gesteigert werden. Welche Aufgaben übernehmen Betriebsärztinnen heute? Betriebsärztinnen und Betriebsärzte übernehmen heute in den Betrieben eine wichtige Aufgabe in der Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten. Gern können wir mit den Akteuren im Betrieb zu Fragen rund um gesundheitsfördernde Maßnahmen, Aktionen aufsetzen wie zum Beispiel eine Gesundheitswoche oder wir können die Bewegung am Arbeitsplatz steigern helfen. Hier gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, mit der die Gesundheit am Arbeitsplatz gesteigert werden kann. Beispielsweise auch in der Beratung der lokalen Kantine rund um die Fragen des Ernährungsangebots. Wir beraten aber auch zur Reduktion von Unfällen oder aber bei der Auswahl von geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen oder bei der Gestaltung eines Hautschutzplans am Arbeitsplatz. Dort überall ist medizinische Expertise nötig und wird von uns gerne eingebracht. Welche arbeitsmedizinischen Aspekte müssen Unternehmen beachten? Je nach Branche, Betriebs- oder Unternehmensgröße stehen unterschiedliche Anforderungen im Vordergrund. So ist beispielsweise in einem Dienstleistungsunternehmen ein anderer Schwerpunkt in der medizinischen Betreuung als beispielsweise in einem metallverarbeitenden Betrieb. Gesetzlich geregelt wird die Einsatzzeit beispielsweise über die DGUV-Vorschrift 2. Sie unterscheidet in die Grundbetreuung und die betriebsspezifische Betreuung. In der Grundbetreuung werden Aufgaben wie zum Beispiel die Mitwirkung bei der Gefährdungsbeurteilung in den Mittelpunkt gestellt oder aber auch die Mitwirkung bei der Gestaltung der Arbeitsplätze. In der betriebsspezifischen Betreuung steht primär die arbeitsmedizinische Vorsorge im Vordergrund, das heißt die Beratung und Untersuchung von Beschäftigten in ihrer individuellen Tätigkeit und Situation im Betrieb an ihrem Arbeitsplatz. Dazu findet ein individuelles Gespräch mit den Beschäftigten statt. Inhalt dieser Gespräche sind beispielsweise auch Themen rund um die Erkrankung des Beschäftigten, die im Zusammenhang mit der Arbeit stehen können oder aber auch eben Auswirkungen auf die Tätigkeit vor Ort haben. So können die Erkenntnisse aus dem Gespräch mit den Beschäftigten direkt in die Gestaltung der Arbeit und des Arbeitsplatzes einfließen. Diese Angebote und Beratungen können von Medizinerinnen und Medizinern aus unserem Team umgesetzt werden und sind so förderlich für die Gesundheit am Arbeitsplatz und reduzieren Arbeitsunfälle vor Ort. Was macht die Arbeitsmedizin des UKE besonders? Wir am UKE bieten die Leistungen im Zusammenhang mit der universitären Medizin an. Das heißt, dass wir bei Bedarf uns austauschen können mit den verschiedenen anderen medizinischen Fachbereichen und so zu komplexen Fragestellungen immer auch den Rat unserer Kolleginnen und Kollegen hinzuziehen können. Dabei tun wir das auf höchstem wissenschaftlichen Niveau. Wir bilden uns permanent fort und können über unsere Erfahrungen im Bereich der Wissenschaft auch auf die aktuelle Gesetzgebung und die aktuellen Erkenntnisse aus der Wissenschaft zurückgreifen. Im Fachbereich selber arbeiten wir sehr eng mit der betrieblichen Gesundheitsförderung und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und aber auch mit dem Athletikum des UKEs. So können wir viele gesundheitsförderliche Maßnahmen anbieten oder aber auch Medical Check-Ups anbieten auf höchstem Niveau. Haben Sie noch eine Botschaft für uns? Investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Beschäftigten. Das ist nicht nur auf der einen Seite natürlich eine gesetzliche Verpflichtung, nein, es ist aber auch ein Zeichen der Fürsorge und Wertschätzung Ihrer Beschäftigten. Und Sie selber haben von der zunehmenden Leistungsfähigkeit Ihrer Beschäftigten auch einen direkten Vorteil, auch finanzieller Natur. Und so sind der Gesundheitsschutz und das Wohlbefinden der Beschäftigten in vielen Unternehmen und Betrieben mittlerweile schon ein Teil des Alltags geworden. Und vielleicht betreuen wir vom UKE auch Ihren Betrieb oder Ihr Unternehmen in Zukunft, um so das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten zu steigern. Also, wir sehen uns das Wohlbefinden. Musik 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 Musik